Hallo Leute, und damit willkommen zurück zu Donkey Kong 2, Donkey Kong Country 2, den Flash. Ja, mit Centos, wo du musst immer sagen, mit Diddy's Conquest, Mensch. Nö. Klar. Du musst zu lange zu labern. Du musst sagen, herzlich willkommen bei Donkey Kong 2, Diddy's Conquest. Warum immer in diesen, immer in diesen Kack-Seestellen rein, ne? Oh, schau, bist du da rum. Immer in den gleichen eins, fliege ich auch gleich wieder aufs Maul bei dem... Ah, weird. Oh, nicht, Krabby, komm, hau ab. Ah. Komm, du Schlimmst. Bist du. Ah. Ich hab dich da mal auf. Das ist angehört. Tschüss. Er hat wohl nicht viel gebracht. Na, ich drück und auch weg und nicht wieder hingegen diese Flunder hier. On Fire! Oh, mal harsch. Ich hab das aber so gesagt, aber dass du dann da verrückst. Ja. Ist schön. Ich find's schön. 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 Nein. Ich hab's vergessen, wenn du drauf springst, dass du dich nicht drehen kannst, mehr. Oh, Mann, ey. Aber ich würd' sagen, es fängt auf jeden Fall super an. Ich find das, let's play Ast rein. Ja, wie immer, das gleiche bei uns. Aber jetzt muss es funktionieren. Ja. Kann ja nicht. Wir sind immer so gut. Ah, jetzt kommt wieder der kack Seestern, der unten ist. Jetzt geh ich nach unten, so. Seestern. Du hättest da unten lang können, ne? Ja, hätt ich bestimmt irgendwo. Ach ja, mal gucken, wenn Wasser als nächstes rein schwimmt. In nix schwimm ich hier rein. Ne. Doch, in so'n Seestern wieder. Wenn mir nicht auf den Sack geht hier. Dann muss ganz schnell rüber. Nein. Oh, jetzt hat er's geschafft. Guck mal. Really? Gib mir halt das. Ehrlich? Really? Super, ne? Was für eine Abkürzung. Schiff, ahoy! Schiff, ahoy! Mal wieder! Ja, du hast doch noch zehn Leben, denk doch! Ja, ich weiß. Woll ich mir die einfach nochmal. Hui! Ja, ist klar! Die waren drei oder vier. Hast du schon gehabt. Aber hatte ich das schon, ich weiß. Dinn, 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 dinn. Hui! Die Soundanlass wundert mich gerade. Hä? Die ist dünn, 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 dünn. Da kann ich mir gerne dran erinnern. Okay. Ich will die da oben haben. Aha. Ich seh nicht dran. Mich verarschen? Kommst du nicht. Hab ich da auch was probiert mit dem Werfen. Irgendwie war das. Das weiß ich. Ja, dranfliegen. Geschickt dranfliegen. Och, verpisst euch. Haut ab. Das ist so blöd, dass die wieder aus dem Bild gehen. Fuck. Roll doch einfach. Drei, dreh dich. Dip, dip, da, da, da. Du hast aber wohl mit nissen noch Skills, die töten zu können mit dem mitdrehen. Ja, eigentlich. Aber du kennst mich doch. Ja. Es wird denn noch nix. Die Madam kommt ja wieder Fuck, falsche Richtung Ja, Zentus Äh, ich sag mal Hä? Wo ist die da gelandet? Zentus, ganz ehrlich Ist doch super, wie ich das mach Was willst du denn? Auf jeden Fall Ist doch einfach nur klasse Sicherheitssalber Und tot, direkt so Ach ja, schön Ich freue mich schon beim ersten Aptos wieder Ja Schwingen wir auf den Den blauen kann man auch kaputt machen Nein, kann man nicht Barschen kannst du dich selber Na, er wird dich jetzt als nächstes töten Hä? Schade Die Maus hätte dich eigentlich so pieksen müssen Das war knapp eben Oh Ich bin so super, super, super Schlecht Jetzt kommen die nächsten Das ist wieder mal geiler Jetzt hat sie so eine komisch gemischte Textur Helle Haare, helle Haare, helle Haare Ach, tschüss Ballon Tschüss Ballon Tschüss Ballon Ja Geht das überhaupt? Der rastet im Haus Was ist, wenn ich ihn mit Didi abschmeiß? Ist Didi tot Oder du hast Glück und kommst ins Fass rein Ach, Mann ey So viel Glück hast du da nicht Oh Tut mir aber gar nicht leid Du kommst nicht mit rein Ich schaff das aber Komm Rein da, rein da Ich bin Ich bin die Demütze Ach, leck mich Das war ja diese Scheiße Vor allem Ich hab gedrückt Ja Oh, das Ende Tschüss Genau wie bei dir Kennen wir ihn Ja, ich war aber kurz davor so Scheiße, ey Aber ist lustig Äh, komm, wir machen die Goldgrube Ach, das Viel Spaß Ja, die Sounds sind ein bisschen anders Äh, wie heiß ich Swackle Swackle Was? Eine fette Ratte Du achte Nein, du Jude Eine fette Ratte ist das Ja, ich hab doch nicht Ich wusste es nicht mehr Alter, ich weiß es nicht Keine Ahnung Komm, komm ab Ne, die andere mach ich nicht Kostet mir Münzen Oh, stell die mal nicht so an Könntest du ja immer sechs Leben holen Segeltrauma Ich hab auch ein Trauma Du bist ein Trauma Da waren noch mehr Ja Brauchen doch nicht alle Ne, wieso nicht Extra Leben Was extra Leben Wenn du genug hast Hab ich doch Ich mein Bananen Ach, ja Ja Muss er sein Ach ja, ich bin Flash Ach ja Überleg mal Dasselbe musst du ohne die Schlange machen Kannst du auch ohne Ja, ich weiß Musst du mal an diese Haken immer dran springen Ja, aus irgendeinem Grund Musst du dir ja holen Diese A, ne Ne, musst du nicht Ne Ne, du kannst wie gesagt Alles an Mit den Haken ummachen Hab ich auch gemacht Nein, ich mein eben Das A Aus Bananen Ach so, das kannst du dir holen Ich hab nur gefällt beim springen Musste Dann ist er gut Schlecht Deswegen Ich hab das hier nicht Dies aufladen gemacht Na Sind nur Bananen drin Ne Keine Schlangen Klar Ne, dann stopp Hier war ein Engel Erstmal gucken, ob da noch was ist Sicherlich Natürlich Da Sumsel, bumsel Ah, warte Somse, bumse, Biene Ich hab doch was gesehen Yay Aber nicht das Das ist gut gleich Einmal mal runterfallen Zeig dir, wie das mit den Haken geht Ist mir schon klar Bleib Ich find's lustig Ja, sind ja schon wieder da Ist ja nicht so schlimm Balapalapingpong Gute Mh Die Belle aus Oh, wie dumm kann die eigentlich sein, um das nicht zu treffen Keine Ahnung Ui, ui, ui Ohne Grund ist das ja ja nicht, ne Aber fliegende Haken, die in der Luft verhängen, das finde ich am geilsten Ja Ja, du kommst auch ab Kletter, kletter, kletter Überleg mal, wir hätten gesagt, wir machen das auf 100% Nein, 102% Ja, 102% Das ist auch zu geil, 102% ist klar Ja, mit dem anderen ist 103, das ist noch schwieriger Ja, ich weiß Das weiß, das weiß Ich weiß gar nicht, wie weit Funk gekommen ist Ich glaube, er hat durchgemacht sogar, aber nicht mit Prozentanzahl Doch, 103% hat er gesagt Macht er Ja, macht er, hat er aber nicht Hat er nicht geschafft? Nein, hat er auch nicht gemacht, weil er keine Lust mehr drauf hatte Ja, das ist ja klar, das ist verständlich, aber dann Ja, unten hier, 100% ist schon schwer Ja Ist es auch Was Süßes hatte ich hier schon mal, war 80 Aber das ist auch WIE Weil du nicht alles weißt, dann läufst du zehnmal dieses Level durch Ach ja, okay Da ist auch diese Münze, die da noch drin ist Hey, hallo Leben oder töten Beides Schafft er die Münze, 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 schafft er die ich will auch den quatschkopf besiegen eigentlich ich hatte ja gesagt beeil dich für den quatschkopf noch das war alles flasht und zwar alles hier fehlen die sounds ich hab doch sounds ich hab so leicht verpackte sounds nö bei mir sind ordentliche sounds ich hab keine ahnung was du für probleme hast ich hab verpackte sounds jetzt kommt zum beispiel nix bei mir ja sobald ich den abgeworfen hab und er so rumflattert kommt jetzt wieder ein bisschen zu uns okay nimm das ei jetzt nein du bist ja dann musst du den hochwerfen sein net ja 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 alles mit dir geschafft nicht nicht mehr und damit wenn wir sein zum nächsten mal bei danke con country 2 dd's conquest ciao ciao tschüss